Hallo Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nach langer Zeit mal wieder ein Video und natürlich ist es die Vorstellung der neuen Kollektion Colors of MAM. Wir sind heute am Shooting-Ort, wir haben uns heute ein Atelier gemietet, wir haben schon den ganzen Tag hier geshootet, dementsprechend schaut es auch schon aus und gehen auch gleich rüber zu unseren Models. Wir präsentieren die neuen Colors of MAM. Hier haben wir schon unsere Models stehen, wir haben einige Colorways, vier von sechs werden hier präsentiert. Man sieht es hier an den Farben, wir haben eine Waschung, die mit Enzym behandelt ist. Jedes Piece ist ein Unikat, jedes Piece kommt bei euch zu Hause an und ihr wisst es, keiner hat es doppelt. Wir verkaufen ganze Sets, ihr könnt natürlich auch Einzelpieces verwenden, bestehend aus Shorts, T-Shirts und Hoodies. In der klassischen MAM-Waschung, die ihr zum ersten Mal bei Insomnia am Sweater gesehen habt und auch am Black Friday rauskam. Diese Waschung gibt es weltweit so noch nicht. Wir haben die eineinhalb Jahre lang entwickelt, um die allerersten zu sein, um auch eine Optik zu entwickeln, die, selbst wenn sie gern kopiert wird, so nie erreicht wird. Es mag sein, dass es da vielleicht was ähnliches am Markt gibt, aber in dieser Art und Weise und in dieser Qualität auf keinen Fall. Dementsprechend, liebe Leute, würde ich sagen, wir starten los mit den Colors. Wir haben hier den Willi stehen. Was hast du für eine schöne Farbe an? Ich habe hier ein hellblau an. Ja, das ist grau, richtig. Wunderschönes hellgrau, das der Willi da trägt. Vielleicht nochmal an den Details zu sagen, wir haben alles hier nochmal Distress. Das zieht sich durch in jedem einzelnen Hoodie. Haben wir da Details an der Kapuze dann nochmal und auch an der Hose. Selbst, wie wir es hier nochmal in einem sehr beliebten Schwarz schonmal hatten, auch an der Hose. Ganz interessant zu wissen, wir haben hier eine Grammatur beim Hoodie von 470 GSM. Also perfekt für den Sommer geeignet, wenn wir es um 20 Grad am Abend haben, dann hauen wir den nochmal drüber. Aber auch wenn es dann kältere Temperaturen gibt. Also ihr kennt das Produkt schon. Ähnlich, wir haben kaum was dran verändert. Kam schon mal am Black Friday. Das Shirt darunter, übrigens der Preis 157 bei diesem Hoodie. Drunter das Shirt, vielleicht magst du mal kurz den Hoodie ausziehen, damit man es sieht. Haben wir zum ersten Mal auch als Shirt das gleiche Shirt. Das gleiche gilt natürlich auch bei den anderen Produkten. Vielleicht magst du kurz den Hoodie auch ausziehen, damit man die Sachen nochmal erkennen kann. Auch bei dem Shirt eine Grammatur von 290 GSM mit dem klassischen dicken Kragen, den ihr bei MAM schon gewohnt seid. Mit dem neuen MAM Stitching, das sich auch auf der Hose und auch nochmal am Hoodie wiederfindet. Auch hier nochmal haben wir vielleicht das Shirt. Übrigens, jedes Model trägt hier die Größe L. Wie groß bist du, Clinton? 1,90. 1,90. Alles ob! Oh ja, mit den Schuhen sicher. Alle Models tragen die Größe L, werden aber von XS bis XXL verfügbar sein, so wie das gewohnt seid. Der Clinton trägt hier auch schon die MAM Sonnenbrille, die wird ebenfalls verfügbar sein. Und auch die MAM Brille, die wir schon mal bei Insomnia hatten. Die seid ihr, die kennt ihr auch schon. Die liegen preislich bei 97 Euro. Was gibt es noch dazu zu sagen? Das Ganze findet wieder als Pre-Drop statt. Das heißt, ihr habt am Mittwoch um 19 Uhr die Möglichkeit, für eine Woche vorzubestellen und bekommt, weil ihr Vorbesteller seid, nochmal einen Gutscheincode von 10% drauf. Der Code wird noch bekannt gegeben. Und seid auch die Allerersten, die dieses Produkt dann nach 5 Wochen Lieferzeit bei euch zu Hause habt. War das jetzt die richtige Zeit? War das die richtige Zeit? Wird schon passen. Seid die Allerersten, erst dann findet der reguläre Drop statt. Schlagt auf alle Fälle zu. Wer es im Set nimmt, das heißt ein ganzes Set, der kriegt es natürlich nochmal günstiger. Ihr könnt aber auch sagen, ihr nehmt eine Hose in der Farbe, ein Shirt in der Farbe und einen Hoodie in der Farbe. Gut, dass ich mich daran erinnere. Gehe vielleicht schon nochmal schnell umziehen. Das Mintfarbene und du holst das Blaue nochmal raus. Damit wir das auch nochmal sehen, wir haben zwei weitere Colors. Nach 5 Wochen ist das bei euch als allererstes. Schlagt auf alle Fälle zu. Nutzt die Möglichkeit. Ansonsten zeige ich euch nur ganz schnell nochmal die Colors. Einmal in Hellblau und Mint. Hier trägt der Willi ein wunderschönes Mint. Bitte einfach Platz nehmen, wo ihr gestanden seid. Und ein Hellblau. Auch eine Waschung, die bei euch gerade, was ich auf Insta mitbekommen habe, extrem gut ankommt. Die Colorways in Mint und Hellblau. Da ist auf jeden Fall der Hype riesig. Mein persönlicher Favorite ist eindeutig nochmal das Braun. Wenn man sich das hier ansieht, bei den Details haben wir Braun. Aber es kommt quasi so acidmäßig dann doch nochmal so ein Grünton durch. Also ein Colorway, von dem ich absolut Hype bin. Schreibt mir aber unbedingt in die Kommentare euren Lieblings-Colorway. Ich suche nämlich einen aus und er kriegt ein komplettes Set von MEM geschenkt. Einfach nur Lieblings-Colorway-Posten. Was Nettes dazuschreiben. Und dann seid ihr schon mit dabei. Übrigens, bevor ich es vergesse, es kommen noch Socken. Das hat jetzt ein Jahr gedauert, bis wir endlich Socken rausbringen. Die kommen noch. Haben wir jetzt aber nicht da, weil die sind dreckig. Ja, dann hast du das dreckig gemacht beim Shooten. Na, die waren schon dreckig. Ja, Freunde, bitte schreibt mir gerne euer Feedback rein. Ich hoffe, ihr seid am Mittwoch, kommenden Mittwoch, den 6., na blöds, den 7.6., um 19 Uhr am Start. Dann ist für eine Woche Pre-Drop verfügbar, minus 10%. Und seid auf Insta dabei, da gibt es nämlich noch ein paar Infos. Vielleicht gibt es noch ein paar Goodies. Ja, mal schauen. Seid auf alle Fälle aktiv, am Start supportet. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das sind nochmal die Colorways plus zwei weitere. Vielen lieben Dank für den Support. Holt euch euer Summerset. Ganz viel Spaß mit den Produkten. In diesem Sinne, Freunde, das ist es für mich, euer Maximilian.